Cristiano Ronaldos Mutter kriegt Stadionverbot, das waren heute überall so die Headlines, aber warum bekommt die arme Frau jetzt von CS7 persönlich Stadionverbot, nicht irgendwie von Manchester United oder von Portugal oder so, sondern Ronaldo hat ihr jetzt erstmal untersagt zu spielen, zu kommen. Er sagte folgendes, meine Mutter ist die Stütze der Familie und was ich heute habe, habe ich nur, weil sie mich immer unterstützt hat. Piers Morgan, ein sehr bekannter Journalist aus Großbritannien, er ist mit Ronaldo sehr eng, er hat selber gesagt, die telefonieren beide einmal die Woche und Ronaldo hat ihm auch schon das ein oder andere Exklusivinterview gegeben, also das kann auf jeden Fall stimmen und der Grund, warum er jetzt gesagt hat, dass seine Mama nicht mehr ins Stadion gehen soll, ist die Aufregung. Sie hätte sich in letzter Zeit extrem aufgeregt und Ronaldo sagte Piers Morgan laut seiner Aussage folgendes, jetzt kann sie keine wichtigen Spiele mehr sehen, ich sage ihr, hört zu, ich habe keinen Vater mehr, ich möchte nicht auch noch meine Mama verlieren, also wirst du die Viertelfinals, Halbfinals oder Finals nicht sehen. Sie hat hart gearbeitet, um ihr Bestes für ihre Kinder und vor allem für mich als Jüngsten der Familie zu geben. Ich erinnere mich, als ich zwölf Jahre alt war und ihr sagte, dass ich nach Lissabon wollte, um bei der Jugendmannschaft von Sporting zu spielen. Sie sagte mir, Sohn, wenn es wirklich das ist, was du willst, werde ich dich nicht aufhalten, du kannst gehen, es wird schwierig für mich, dich gehen zu lassen, aber geh, folge deinen Träumen. Und das machte natürlich Cristiano Ronaldo, wie wir alle wissen und dementsprechend, ja, verstehe ich es. Wenn sie sich natürlich so aufregt, dann macht es natürlich Sinn, wenn sie das dann nicht live im Stadion sieht und ja, da kann ich ihn definitiv nachvollziehen, den Cristiano. Ja, aber ich freue mich auf jeden Fall, Ronaldo im Old Trafford-Ball zu sehen. Ich bin extrem gehypt, wie es dann wird, wenn er bei Manchester United aufläuft. Ich glaube, seine Mutter war auch dafür, dass er zu Sporting wechselt, das kann ja auch noch passieren. Vielleicht erst die Rückkehr zu Manchester United und in zwei, drei Jahren geht er dann nochmal zu Sporting, nochmal quasi als Abschlussjahr oder so, das wäre doch eigentlich eine richtig schöne Geschichte. Eure Meinung in die Kommentare, wir sehen uns später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.